Ins Erste OG, weiblich 21 Herzbeschwerden. Weil ein privates Krankenunternehmen anscheinend nicht imstande gewesen ist, diese Fahrt zu leisten. Ein klein wenig. Hast du schon mal einen Rettungswagen gerufen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich das letzte Mal das machen musste, einfach super aufgeregt an der Straße gestanden habe, weil da drin in dem Haus jemand war, dem konnte ich nicht mehr helfen. Und ich war darauf angewiesen, dass da gleich mit einem Auto mit Blaulicht obendrauf Menschen kommen, die Ahnung haben. Die mehr können als ich und die einfach cool bleiben in so einer Situation. Ich bin hier bei den Jornitern in Wunsdorf. Eigentlich bin ich Pastorin. Für den Tag heute habe ich hier super wichtige Rettungsdienst-Einsatzkleidung bekommen und bin mal für einen Tag Praktikantin auf dem Rettungswagen. Bevor es losgeht, lasst ein Like da, drückt die Glocke und abonniert den Kanal. Kurz vor 8. Schichtbeginn bei Anita Ulbrich und Michael Merz in Wunsdorf bei Hannover. Michael Merz. Svenja Kluth. Moin. Anita Ulbrich. Svenja Kluth. Hallo. Ihr seid Krankenwagenfahrerinnen und Fahrer. Das tut weh? Ja, das tut sehr weh. Warum tut es weh? Also ausgebildet sind wir beide als Notfallsanitäter. Das ist sozusagen die richtige Berufsbezeichnung. Krankenwagenfahrer. Also ich würde jetzt mal sagen, etwas weniger wertschätzendes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Sorry. Wir sind sozusagen für die Versorgung und auch die Behandlung eines Notfallpatienten ein Stück weit, auch ohne Notarzt, eigenverantwortlich auf so einem Rettungsmittel im Einsatz. Wir beide haben ja bis morgen früh um 8 Uhr Dienst. Das heißt, das sind? 24-Stunden-Dienst ist das jetzt, den wir... Wie realistisch glaubst du, ist das, dass du heute dazu kommst, vielleicht ein bisschen zu powerneppen? Ich bin ein optimistischer Mensch, deswegen sage ich sehr realistisch. Oder magst du dich erstmal umziehen? Ja, umziehen ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir gleich mit runter. Alles klar. Auf der Rettungswache in Wunsdorf sind pro Tag drei Einsatzfahrzeuge im Dienst. Ab 19 Uhr nur noch ein Rettungstransportfragen, kurz RTW. Okay. Gut. Ja, ist ein merkwürdiges Gefühl. Wie ist das für dich, wenn du deine Klamotten bei Dienstbeginn anziehst? Totale Gewohnheit mittlerweile. Ich mache das ja schon über zehn Jahre. Ja. Und dementsprechend ist das für mich kein anderes Gefühl, tatsächlich. Ihr sitzt hier relativ entspannt. Du hast deine Weihnachtsmarkt, hoffentlich nicht Glühwein, sondern Kaffeetasse. Mit Glühwein und Schuss, ganz genau so. Fangen wir morgens immer an. Gut starten mit Dienst. Solide hier bei den Johannikern. So, das bist du heute. Das ist das Wichtigste. Hervorragend. Vielen Dank, können wir das größer kopieren. Die brauchen wir nicht. Und dann gehen wir jetzt erstmal zum Auto. Pass. Perfekt. Anita meldet den Rettungswagen in der Leitstelle bereit zum Dienst. Ab jetzt kann jederzeit ein Notruf eingehen. Die Flasche hast du noch auf, ne? Ja. Immer öfter werden RTW auch für sogenannte Bagatell-Einsätze gerufen. Manche haben Kopfschmerzen, einen Hautausschlag oder möchten lange Wartezeiten vermeiden. In dieser Zeit können echte Notfälle wie Unfallopfer nicht behandelt werden. Ihr fahrt immer mit Notarzt? Nein. Oder wann kommt er dazu? Also, wenn jemand bei der 112 anruft und einen Notfall meldet, dann gibt es ein schematisiertes Abfragesystem. Und es gibt bestimmte Schlagworte, die der Disponent dann sozusagen aufnimmt. Sag mal, was ist so ein Schlagwort für einen Notarzt? Nicht-ansprechbare Personen, bewusstlose Personen, Herzinfarkt, beim Unfall eingeklemmte Personen. Das heißt, wenn ich jetzt 112 wählen würde, dann spreche ich nicht mit dir oder mit Kollegen, sondern da ist eine Leitstelle. Die sind eben diejenigen, die dann verteilen und die hinhören, Schlagwörter hören und dann überlegen, wen rufen wir jetzt, wie viele brauchen wir. Und dann geht es los. Ein Mann muss vom Zahnarzt abgeholt werden. Das Team geht in die Praxis und verschafft sich einen Überblick. Und tatsächlich auch die Hinfahrt schon mit dem Rettungswagen absolviert worden ist, weil ein privates Krankenunternehmen anscheinend nicht imstande gewesen ist, diese Fahrt zu leisten. Und dann gibt man solche Sachen immer ganz einfach an die Regionsleitstelle ab und die müssen dann halt gucken, dass sie das dann unterbringen. Deswegen sollte es erst ein bisschen verärgert werden. Ein klein wenig. Auch mit 32 Jahren Berufserfahrung kochen Michaels Emotionen manchmal hoch. Das geht, ja? Das geht. Okay. Ich bin bereit. Eins, zwei, drei. Vorsichtig mit dem Fuß. Ja. Hilft es dir, wenn ich vorne anhebe oder irgendwas? Ja. Ich muss dann halt nur langsam drücken. Nicht, dass wir irgendwie kippen. Gut. Okay. Eins, zwei, drei. Den Stuhl weg. So. Okay. Ich halte ihn erstmal. Du kannst von der anderen Seite kommen. Warte, warte, warte. So. Ja, mit einem vernünftigen Krankenwagen wäre Ihnen das alles erspart geblieben. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Aber leider Gottes. So. Wir ziehen Sie jetzt noch mal ein bisschen hoch. Das ist eine Tortur. Ja. Und ich muss gestehen, ich finde es gerade echt befremdlich. Auf der einen Seite ist der Mann irgendwie eine Belastung in Anführungszeichen für dieses ganze System gerade, weil einfach ein Rettungsmittel irgendwo gebunden ist. Und auf der anderen Seite kann ich es total verstehen. Ich meine, er muss irgendwie nach Hause und kann ja schlecht hier den ganzen Tag in der Zahnarztpraxis bleiben. Auch hier auch so auf offener Straße verladen zu werden, wie so eine Sache, wie ein Ding irgendwie. Muss ich gestehen, fand ich irgendwie gerade ganz schön krass, irgendwie so ein bisschen bloßstellend. Ja, okay. Dann geht es jetzt gleich los nach Hause, ne? Der Krankentransport ist nervenaufreibend, aber notwendig. Doch es geht auch anders. Oder was auch mal ganz schön ist, das hatte ich auch vor kurzem. Da hatten wir eine Geburt tatsächlich. Die Meldung war auch schon beginnende Geburt mit NIF, mit alarmiert. Und sehr häufig so, dass wir zuerst vor Ort sind. Und die Patientin war halt im Treppenhaus und wollte eigentlich gerade runtergehen, hatte auch schon Presswehen. Und als wir dann gerade unten waren und gerade rausgehen wollten, legte sie sich hin und kam wie Kind. Also, so ein Treppenausgebot war das. Das Kind war total fit und so konnten wir die beiden wohlauf in die Klinik bringen. Das ist halt auch so ein schöner Einsatz. Okay, eins, zwei, drei. Okay, gucken wir mal. Für sie? So. So, das war aufregend. Ja, das war im Endeffekt jetzt sowas wie ein qualifizierter Krankentransport. Du sagst das schon ziemlich deutlich, dass du nicht wahnsinnig angetan bist davon. Also, das Problem an der ganzen Sache ist im Endeffekt, dass jetzt ein Rettungswagen sozusagen für gut eine Stunde nicht seiner originären Aufgabe zur Verfügung gestanden hat. Nämlich der Notfallrettung, ja. Weil die Ressource Krankentransportwagen schon auch sehr knapp bemessen ist in der Region. und es deswegen auch häufig wieder vorkommt, dass Rettungswagen auch qualifizierte Krankentransporte übernehmen müssen. Aber was hätte der denn jetzt für eine andere Möglichkeit gehabt? Gar keine. Also, der ist auf einen Krankentransportwagen angewiesen. Aber es gibt halt auch besser geeignete Fahrzeuge als einen Rettungswagen, ja. Dann hätte man sich dieses notwendige Umlagern, was wir mit dem Patienten dann halt noch machen mussten, sicherlich sparen müssen. Was für ihn auch nicht cool war. Nein, das war... Als ihr den Stuhl geholt habt, war ich noch kurz oben in dem Raum und habe ihn gefragt, ob es okay ist, wenn wir mit der Kamera nun auf ihn drauf halten. Das ist ja genau das gewesen, was passiert ist. Er hat mir gesagt, solange man meinen Bauch nicht sieht. Das war diesem Mann, glaube ich, hart unangenehm. Das kann man auch mit Sicherheit sehr gut nachvollziehen. Es gab keine andere Möglichkeit, als ihn aus dem Behandlungsstuhl in der Zahnarztpraxis in den Tragestuhl umzusetzen. Ich denke mal, der hat gute 80, 90 Kilo gewogen, sodass wir beide halt diese volle Gewichtung irgendwie handeln müssen. Und mehr als dass man dann guckt, dass man ihn irgendwie, und auch wenn es nur diese kurze Distanz so sicher wie möglich da rübergreift, rübersetzt, haben wir ja gar nicht gehabt. Ja, das ist der Unterschied. Also so sicher wie möglich war es, wie auch immer. Und... Also ich bin raus. Mein Melder macht gar nicht mehr mit. Ich weiß zwar nicht, warum. Das ist richtig programmiert. Wir fahren nach Blumenau ins erste OG. Weiblich 21 Herzbeschwerden. Okay. Von der Meldung her ist das jetzt grundsätzlich trotzdem mal eine Fahrt, die wir mit Sonder- und Wegerechten jetzt durchführen werden, ja? Es ist dringend. Anita fährt mit Blaulicht und Martinshorn. Fünf bis sechs Minuten braucht der Wunstdorfer RTW, um innerorts ein Einsatzziel zu erreichen. Außerhalb ca. 15 Minuten. Hier ist der Name. Ich brauche gerade noch mal ein kleines Utensil aus dem Auto. Also die Dame hat augenscheinlich keine Beschwerden am Herzen, sondern eine Hyperventilation. In recht ausgeprägter Form, die wir jetzt erst mal durch Beruhigung und Rückatmung wieder in den Griff kriegen müssen. Svenja und die Kamera bleiben unten. Die Patientin braucht jetzt so viel Ruhe wie möglich. Kommt noch jemand mit? Nein. Okay. Das war jetzt im Endeffekt eine Versorgung vor Ort, wie man so schön sagt. Das Grundproblem, was die junge Dame gehabt hat, ist im Endeffekt eine sogenannte Hyperventilation. Das heißt ein sehr schnelles, stoßweise, flaches Atmen. Was im Endeffekt dann dazu führt, dass am Schwindelig wird, dass man ein Taubheitsgefühl in den Händen und Füßen vielleicht kriegt, so eine Pfötchenstellung mit unterkriegt. Das fühlt sich an, als wenn das eingeschlafen ist. Auch vielleicht ein Druckgefühl auf der Brust bekommt. Und das Ganze als Auslöser häufig Stress. Wir haben hier gerade noch mit Mega-Karacho in dieses kleine Karree ihre Schwester reinrasen sehen. Also sind irgendwie Menschen da, die jetzt auf sie aufpassen und ihr könnt beruhigt zurückfahren. Ganz genau. Ja, so machen wir das. Zurück auf der Rettungswache. Warten auf den nächsten Einsatz. Menschenrufen verstärkt den Notruf, wenn dieser gar nicht gebraucht wird. Ein Problem auch für Michael und Anita. Das heißt, es gibt Leute, für die seid ihr, ganz böse gesagt, ein billiges Taxi? Ja, manchmal ist die Erwartungshaltung auch tatsächlich von dem einen oder anderen Bürger so, ja, ich habe halt kein Auto. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen sollte. Ich habe Leute gerufen und ihr habt ja sogar einen Liegeplatz. Was macht ihr dann? Wir müssen nicht jeden mitnehmen. Das ist wirklich situationsabhängig zu bewerten. Es gibt zwar eine sogenannte Transportpflicht, aber das heißt natürlich nicht, dass jeder Patient, wo wir jetzt irgendwie vorstellig werden, auf Teufel komm raus auch mitgenommen werden muss. Erstens kann der Patient das ja ein Stück weit selber auch entscheiden, ob er mit möchte. Und genauso hat es auch ein Patient mit Sicherheit mal durchaus zu akzeptieren, wenn wir sagen, das ist jetzt definitiv nichts für uns, nachdem wir das bewerten konnten. Das ist auch nichts für ein Krankenhaus. Also, wir fahren jetzt in die Blumnauer Straße 42, in die Arztpraxis von Herrn Dr. Mochtadi. Und da erwartet uns Frau , die eine dekompensierte Herzinsuffizienz hat. Eine Minderleistung des Herzmuskels einfach. Das heißt also Herzschwäche. Dann treffen wir uns gleich im Auto. Ein Notruf im Raum Wunsdorf geht bei der Leitstelle der Region Hannover ein. Die wird von der Feuerwehr betrieben und ist eine der fünf größten Zentralen in Deutschland. Für mehr als 1,1 Millionen Menschen ist die Leitstelle zuständig. Bei solchen Einsatzmeldungen ist es maximal Routine. Das kommt recht häufig vor. Einfach ein Einsatz, der mir, glaube ich, auch immer in Erinnerung behalten wird. Das ganze Szenario spielte sich im Vorgarten ab. Der Zaun trennte uns noch. Wir haben halt drüber geschaut und gesehen, dass ein etwas älterer Herr seiner Familie ganz, ganz viele Schnittverletzungen zugefügt hat. Und in die Garage lief und eine Heckenschere rausgeholt hat und uns damit verfagte. Also ich glaube, in diesen Sekunden kann man ja nur nicht anders agieren, anstatt einfach wegzulaufen. Und ich glaube, so nach 200, 300 Metern habe ich mich einfach nur mal umgeschaut. Und in der Sekunde blieb der dann auch stehen und hat seine Heckenschere einfach weggeschossen. Kommt der RTW am Ziel an, benachrichtigt Anita die Leitstelle per Tastensignal. Schönen guten Tag. Okay. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Nur, dass ich keine Luft kriege. Okay. Gut. Aber irgendwie Druckgefühl in der Brust oder irgendwie sowas, das nicht. Schwindelig? Nein. Auch nicht. Während Michael das Krankenhaus informiert, setzen Svenja und Anita die Patientin auf die Trage. Selbst der Gang zum Rettungswagen ist für die Frau zu viel. Und hier drückst du noch aus, ne? Geht einmal los. Soll ich die hinterher tragen? Gerne. Ich wollte meinen Mann noch mal quatschen. Ja, wollen wir denn. Da ist er doch. Ja, doch. Okay. Und dann bringen wir die Dame jetzt einfach in der nächsten Viertelstunde gut ins Krankenhaus nach Neustadt, wo sie weiter behandelt wird. Die Dame ist abgegeben. Genau. Der Zustand, der sich jetzt bei der Dame über die letzten Tage seit gut einer Woche entwickelt hat, ist, dass sie jetzt angefangen hat, Wasser in den Extremitäten einzulagern, auch in der Lunge. Deswegen auch die entsprechend zunehmende Luftnot, die die Dame hat. Ja, dass man das jetzt auch mal zügig wieder aus dem Körper heraus bekommt. Also war schon dringend. Ja. Wenn du jetzt, also bevor wir losgefahren sind, noch auf deinen Melder geguckt, sorgt so ne Meldung, so ein Einsatz bei dir für irgendwie ne Pulsschlagerhöhe, okay, dann nicht. Alles klar. Nein. Dann sind wir im Endeffekt auch schon wieder einsatzbereit. Noch während der Fahrt kommt der nächste Einsatz rein. Wir fahren jetzt zu einem älteren Herrn, der von der Einsatzmeldung unstillbares Nasenbluten hat. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie schlimm das ist. Und ja, dann gucken wir mal. Ja, da müssen wir was machen. Wenn sie irgendwie mal ausspucken müssen oder sowas, einfach da rein. Der 71-jährige Patient nimmt blutverdünnende Medikamente, hat einen hohen Blutdruck und wurde vor kurzem an der Nasenscheidewand operiert. Daher geht es ins 25 Kilometer entfernte Nordstadt-Krankenhaus in Hannover. Der Patient muss in eine spezielle HNO-Klinik. Man lernt halt im Rettungsdienst nie aus. Und ich finde, Rettungsdienst ist halt pure Erfahrung. Ich kann noch so viel theoretisches Wissen haben. Aber wenn man die Erfahrung nicht hat... Das war jetzt, wenn man einfach nur Nasenbluten hatte. Genau. Ein bisschen doller. Auf dem Boden war trotzdem im Garten doch eine Menge Blut. Nein. Nein. Okay. Aber es war so viel Blut. Immer wenn ich denke, das ist irgendwie... Mehr, 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 mehr. Also, das ist... Gerade bei Nasenbluten, ja, denken ganz viele Menschen immer, wenn sie plötzlich mal einen Schwung da rausbluten, dass das extrem viel ist. Selbst wenn das mal im Schuss dann auch rauskommt. Ja, aber bevor es... Ne, gut. Es läuft ja zwischen meinen Augen aus meiner Nase raus. Das muss man sich ja wie erst rechtzeitig schon verstehen. Aber bevor es wirklich so viel ist, dass es doch anfängt tatsächlich auch mal für den Betroffenen ein bisschen ernst zu werden, das dauert. Ja. Genau. Gibt es irgendeine Art von Verletzung oder Umstand oder sowas, die du so gar nicht haben kannst? Nein. Okay. Also es ist nicht so, dass ich mich da rumreiße, irgendwelche unschönen Sachen zu sehen. Ja, aber... Aber es würde jetzt nichts geben, wo ich selber Blankchen schlage. Ja. Dazu habe ich glaube ich auch schon genug gesehen. Gab es irgendwas mal, was dich mal mehr als einen Tag, eine Schicht, zwei, drei Tage beschäftigt hat? Ja. Wolltest du sagen, was das war? Wenn junge Menschen ums Leben kommen. Das ist schon ein Stück weit belastend. Nicht so, dass man selber im Privaten da auch dann irgendwie Schaden dran nimmt. Aber bestimmte Einsatzgeschehnisse, die hat man auch nach Jahren trotzdem ein Stück weit noch parat. Aber sie belasten mich insofern nicht. Was habt ihr für Möglichkeiten, euch Hilfe zu holen? Und wenn es halt alleine schon der Einsatz erforderlich macht, gibt es auch gleich im Anschluss erstmal schon direkt eine Einsatznachbesprechung. Ja. Und wenn man dann halt feststellt, dass das schon dem einen oder anderen einfach mal ein bisschen mehr aufs Gemüt drückt, dann nehmen wir den auch mal so ein bisschen aus dem Geschehen raus. Ich stelle mich mal in eure Mitte. Danke. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich mitfahren durfte. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Das war jetzt ein normaler Tag für euch? Ja. Würde ich schon sagen. Also der durchschnittliche Tag, ja. Ich wünsche euch alles Gute. Um Gottes willen für eure Arbeit. Danke. Vielen Dank. Weiter geht's. Und ich mache jetzt Feierabend. Jawohl. So, nach acht Stunden ist mein Dienst hier auf der Rettungswache jetzt beendet. Mein Praktikantendasein hat ein Ende. Ich bin nach acht Stunden jetzt ganz schön platt. Zum einen von der Anspannung irgendwie nicht zu wissen, was mich da erwartet. Auf der anderen Seite fand ich auch genau das irgendwie cool. Wenn ihr einen Rettungswagen ruft, dann hoffe ich, dass ihr den braucht. Und dass das für euch etwas ist, was euch in der Situation rettet. Wenn man für Kleinigkeiten einen Rettungswagen ruft, dann heißt das vielleicht auch, dass an anderer Stelle eine Person warten muss. Zu lange warten muss vielleicht. Und auch was Schlimmes passiert. Dass eine Person irgendeinen Unfall oder irgendwas nicht überlebt. Das ist scheiße. Also wenn euch die Reportage gefallen hat, lasst einen Like da und abonniert den Kanal. Und dann geht das kurz in den Kanal. So, dann geht das Rettungswagen rein. Sonsten kann das Rettungswagen rein. So, dann rein. So, dann geht das Rettungswagen. Vielen Dank.